Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen im neuen Jahr. Wir lassen es heftig anfangen. Nein, aber schon, dass ihr was spürt. Ich habe mir das heute mal so überlegt, wir machen so gute 35 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Nur Kraft, ja? Und dann gehen wir auf den Ausdauerteil und der dauert so ungefähr 18 bis 20 Minuten. Ich biete bei dem Ausdauerteil immer zwei Varianten an. Das heißt, ihr müsst es nicht so mitmachen, wie ich es vormache. Es ist immer eine Minute anstrengend, also 15 Sekunden locker. Eine Minute anstrengend, 15 Sekunden locker. Ich habe mir eine Liste aufgeschrieben, was wir alles durchmachen. Und wenn ihr zwischendurch sagt, dann macht es einfach locker weiter. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, eure Kamera ausmachen, dürft ihr aber auch gerne anlassen. Dann sehe ich immer, ob ihr noch dabei seid. So, okay. Wollen wir loslegen? Ja, ne? Bringen wir es hinter uns. Wir wärmen uns erst ein bisschen auf. Ich mache die Musik mit an, wem sie zu laut ist. Oder könnt ihr ja ein bisschen euren Laptop lauter oder leiser machen. Aber mein Kind schläft übrigens noch. Also, wenn zwischendurch jemand hochgedapselt kommt, dann ist er jetzt wach. Spätestens, wenn die Musik läuft, denke ich. So. Wenn sie denn losgeht. Jetzt habe ich wieder das Problem mit meiner Musik. Ich habe es vorhin extra probiert, ne? Und jetzt geht es trotzdem nicht. Ich drehe durch. Sorry. So, gleich haben wir es. Ich glaube, jetzt geht es. Jo. So, Städelchen. Beine aufeinander. Bisschen runter. Popo, Bauch, Spanne. Die Pferde im Weg. Weg, links. Weg, links. Schulter geht mit. Schulter. Zieh. Und noch nehmen wir den ganzen Körper mit. Hoch. Hoch. Zieh. Arme diagonal nach oben. Zieh. Oh, ich will euch noch stumm machen. Sorry. Ihr macht schon weiter, aber ich mache euch schnell stumm. Ich mache euch noch stumm machen. Jawohl. Hab ich auch jetzt stumm? Beine langziehen. Rezepts. Beugen. 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 Arme nach vorne. Zieh. Zieh. Und noch einen kleinen Tipp. Ganz klein. Arme halten. Wir drehen uns nach links. Die Bade dehnen. Und die Bade. Die Bade wechseln. Und ciudienen. Komm nach vorne, Hände auf die Obersteckung, gut, gerade, gut, gerade, sieh, langsam auf, sieh, acht, vier, bleib hier, Schulter, hoch, tief, hoch, tief, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, jawohl, sieh, und wir marschieren, rechts, sieh, vier, zwei, brauchen hier ein bisschen Platz, so, Achtung, rechts, Bein nach vorne, links nach hinten, und wir gehen, Team Olu, Team Olu, jawohl, Team Olu, und man kann noch schön gerade, Bauch spannen, Arme nach unten raus machen, hopp, hopp, Jawohl, noch acht, sieben, vier, noch, zwei, acht, jetzt ganz klein, hieb, hieb, hopp, 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 super, sehr schön, hopp, 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 versuchst wirklich schön, hier so runter zu gehen, ja, hier so runter, Arme nach vorne. Umgangsaberleiten nach vorne. Und wir fiedern auf den vorderen Bein. Super. Schieb. Arme schon lang. Jawohl. Noch acht. Schieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Achtung mit vier Arme. Und sieben. 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 Hup. Hup. Arme, lasz. Vier an. Huuu. Sieben. Hup. 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 Jawohl. Super. Juhu. Tee. Tee. Hup. cinema. Chi. Ha. SCENGEMENT SALE. Und anhalten. Wieder zur anderen Seite. Arme nach unten. Bauch spannen. Und tief. Tief. Oberstauern schön gerade. Bauch spannen. Arme runter. Schönes Haus machen. Tief. Tief. Super. Tief. 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 Schau mir das geht da runter. Auf geht's. Jawohl. Arme nach vorne. Oberkörper leicht nach vorne. Und wieder. Belastet auf dem vorderen Bein. Auf dem vorderen Bein. Super. Zieh. Arme schön lang. Juhu. Schön durchhalten. Ihr schafft es. Hatsch. 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 Sie, 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 Sie. Hopp, 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 hopp. Sie, Sie, hopp. Ja, gut. Woohoo. Gut, gut. Die letzten Rache. Vier. Kommt, ihr marschiert. Ja, die Beine ein bisschen auseinander. So, irgendwie seid ihr jetzt wieder laut, oder? Mache ich mal kurz wieder leise. Lockert mal die Beine ein bisschen. So. Ganz locker. Beine schön auseinander. Mit dem Popo runter. So, die Hände nach hinten. Schulterblätter schön zusammen. Wir gehen langsam. So. So. Und versucht, den Popo zusammen zu bleiben. Ja? Sehr schön. U-U. Die Beine. Die Beine. Du. Oh. 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 U. 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 Sieben. 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 U. Achtung ganz kurz, woher kann man vielleicht generale? Jawohl, sehr schön. Schön unten bleiben im Popo. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Arme nach vorne, wir gehen langsam, tief, tief. Und schieb das Becken so ein bisschen nach vorne. Nach vorne schieben, Popo anspannen. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Wir bleiben tief und wir marschieren. Schön unten bleiben im Popo. Ein, sieben, drei, zwei, Beine zusammen. Ein, sieben, 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 sieben. Achtung noch rechts. Noch rechts. Herz. Super gut. Fertig rein. Schön, da bin ich sicher. Woh! enormes. Achtung! Fertig, wurde links! Woh-huh! Sehr schön! Hold up, hold up. Sie. Sie. Hams. 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 Abs. Sieben. 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 Und immer noch Acht an. Geht noch. Juhu. Sehr schön. Und wir marschieren. Ganz locker. Beine ein bisschen ausschütteln. Hold up. Das ist noch gar nicht der Ausdauerteil. So. Okay. Wir brauchen unsere Flaschen. Flexierungsweise die Hand tüllen. Ich stelle ein bisschen höher. Ich sehe da meinen Oberkörper. Der ist jetzt wichtiger. So. Ich habe meine wieder gefüllt. Ellenbogen an den Körper. Bauchspannen. Komospannen. Okay. Wir fangen mit Bizeps an. Achtung. Beugen. 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 Super Beugen Gehen damit wir halten, ganz kurz Hoch Hoch Den Hupen und den Bauch immer fest damit anspannen Beine sind leicht gebeugen Super Sehr schön Hup, 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 hup Wunderbar, nochmal langsam Beugen 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 Hup, 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 hup Schulterblätter schön zusammen Schulterblätter schön zusammen Jawohl Jawohl Super Du einfach Hup, 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 hup Ah, hup, hup, hup Auf geht's. Super. Juhu. So, ich halte dir scharf das. Zieh. Die Füße ein bisschen enger zusammen, Oberkörper leicht nach vorne. Ja, Oberkörper geht so ein bisschen nach vorne. Und ein bisschen weiter nach vorne. Jawohl. Fort, seit. Fort, seit. Nach hinten. Fort, seit. Nach hinten. Fort, seit. Nach hinten. Noch vier. Drei. Zwei. Bleib schön vorne, helle Bogen an den Körper und die Arme strecken. Strecken. Wenn ihr Flaschen mit einem Bauch habt, ja, nehmt direkt hier an den Bauch, wenn ihr Gewichte habt, ist ja eh klar, wenn ihr nur dicke Flaschen habt, ist es immer sehr unangenehm. Dann könnt ihr es auch ohne Gewicht machen, wenn ihr merkt, dass die Finger krampfen, ja. Ansonsten macht bei den Flaschen einfach in den engen Hals oder greifen. Jawohl. Jawohl. Rücken schön gerade. Ich droff. Noch nicht mal der Aufdauerteil und ich droff schon wieder. Achtung. Ganz kurz. Zieh. 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 Wunderbar. Wie. Zieh. Schrieg. увер вполне. streng komm kommen wir mal langsam hoch Arme leicht angewinkelt ja wir gehen mit einem leicht angewinkelten Arm vorne hoch nicht beugen wie beim Bizeps sondern leicht angewinkelt vorne hoch sehr schön jetzt die Beine wieder ein bisschen auseinander Kopf und Bauch fest gespannen Schweiß läuft super jawohl fremd hoch hoch Achtung hoch und Zeit hoch 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 Perfekt. Oh, es brennt. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und der letzte. Okay, komm nach vorne. Die Hand, oder die Plastik, die nach hinten, legt sie einfach so ein bisschen auf den Händen ab. So, Oberkörper ganz leicht nach vorne. Schulterblätter zusammen. Und ganz kurz. Weg. Zieh. Hopp, hopp, hopp. Zieh, zieh, zieh. Hopp, hopp. Jawohl. Auf geht's. Zieh, zieh, zieh. Und langsam. Weg. 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 Ruhig, so ein bisschen zusammen, ja? Zack. 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 Hopp. 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 Achtung. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Okay, komm nach vorne. Rücken nochmal schön gerade. Beine leicht gefolgt. Und wir gehen ganz kurz hoch und tief. Das heißt, die Musik passt ein bisschen schnell. Bümmer. Hier noch. Mach mal halt das Tempo. Hoch, 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 hoch. Der Rücken bleibt schön gerade. Popo rausstrecken. Jawohl. Zieh. Unterer Rücken ist gefragt. Zieh. Unter Popo. Zieh. So, jetzt gehen wir ganz langsam. Mitte, ganz hoch. Mitte, ab. Mitte, ganz hoch. Mitte, ganz hoch. Woo. Oh, ich bin bitter. Mitte, ganz hoch. Mitte, ganz hoch. Ha. 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 Sieh. 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 Die letzten vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Ok, wir gehen auf den Boden. Seht ihr mich besser? Jo. So. Wir setzen uns hin. Lasst eure Flaschen noch da. Ja, brauchen wir noch. Die Füße aufstellen. Die Flaschen auf die Knie. Oberkörper ganz zurück. So weit zurück. Flaschen zu seinen Beinen hoch. Wir gehen zu, auf. Zu, auf. Super. Ha. Ha. Woo. Zu. 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 Ha. Woo. Auf geht's. Ha. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Zwei. Okay. Uh. Zwei. Jetzt die Flaschen auf die Seite. Die Hände hinter den Kopf. Wieder zurück. Beine ran. Wir gehen. Rechts. Links. Rechts. Links. Nichts... Wir machen. Drei. Zwei. Und jetzt stützt du dich first nach. Stützt euch die Pinsen ab. So, ich drehe mich so, sehe das besser. Ein Bein, uh, flaschen. Ein Bein nach vorne. Zehnspitze so ein bisschen reindrehen. Hinten schön abschnitzen. Und das Bein geht ganz kurz hoch und tief. Wir machen noch ein bisschen Oberschenkel über die Seite. Jawohl. Sieh, sieh, sieh. Juhu. Jawohl. Juhu. Ihr seht, auch mir fällt es brutal schwer. Juhu. Hier noch. Gleich. Zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei. Und sieh. 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 Amo ist super! Auf gehts! Jus afters! Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, okay, legt euch auf den Rücken, die Hände hinter den Kopf, die Fersen aufstellen, den Baum fest reinziehen, auch zur Decke, und wir gehen eins hoch, eins ab, hoch, 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Wir ziehen Knie und Ellenbogen zusammen und zieh, zieh, zieh. Ja, der Pummel ist weg vom Boden, zieh da mit dem T-Shirt kommen. Sieh, zieh, 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 zieh. Noch acht. Okay, die Seite wechseln. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. und fang dann ein neues Video an.